Die Produktsicherheitsverordnung mit Wirkung ab dem 13. Dezember 2024 bringt wieder Pflichten für Händler und Hersteller mit sich. Es ist wichtig jetzt zu handeln, um Konto- sowie Produktsperrungen und Abmahnungen zu vermeiden, denn die Verordnung trifft fast auf alle Händler und Hersteller zu. In diesem Video erfährst du, was die neue Verordnung beinhaltet und was du als Hersteller und Händler nun beachten musst, um auf Marktplätzen wie Amazon und Ebay weiter verkaufen zu können. Sehr wichtiges Thema, wenn du dich damit noch nicht befasst hast, schau dir das Video unbedingt an. Sicherlich wird jetzt einer von euch sagen, nein, nicht schon wieder irgendeine Produktsicherheitsverordnung, wo wir uns Händler wieder anpassen müssen und schon wieder werden uns Steine in den Weg gelegt. So sehe ich das auch, jedoch hat das auch Vorteile, die diese Verordnung mit sich bringt. Das werde ich euch am Ende des Videos auch mal versuchen deutlich zu machen. Dennoch habe ich für euch hier eine Präsentation fertig gemacht und vorbereitet, um euch zu zeigen, was genau ist diese neue Produktsicherheitsverordnung, wen betrifft es, welche Produkte betrifft es und wie ihr handeln müsst, um weiterhin auf den Marktplätzen zu verkaufen. Alle wichtigen Inhalte zu dieser Präsentation sowie Quellenangaben und andere Informationen stelle ich euch unten in der Videobeschreibung, wie immer bereit, schaut es euch an. Falls euch irgendwelche Themen mehr interessieren, könnt ihr auch hier über die Timeline switchen und euer Thema anklicken, besonders da, wo wir das gleich auch zum Ende des Videos auch einstellen werden, auf den Marktplatz Amazon und Ebay, was genau da beachtet werden muss und vieles mehr. Und falls du neu dabei bist und dich interessieren solche Themen wie das Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen um Amazon und Ebay, aber auch alles rund um E-Commerce, dann abonnier auch gern diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Und falls dir dieses Format natürlich gefällt, dann gib mir dem Video natürlich jetzt schon mal einen Daumen nach oben. Das motiviert mich für viele weitere Videos und wir wachsen hier als Community. Lass uns mal beginnen mit dem Inhalt der Präsentation. Wie folgt habe ich das Ganze gegliedert. Als erstes schauen wir uns an, was ist die Produktsicherheitsverordnung denn überhaupt? Welche Anforderungen an Händler im Onlinehandel werden gestellt? Welche Produkte sind betroffen? Neue Pflichten für Hersteller, die erfüllt werden müssen. Bewertung der Sicherheit der Produkte. Sowie Pflichten für Händler und Hersteller. Und die Umsetzung in der Praxis, wie bereits gesagt, für Amazon und Ebay. Ich weiß, es gibt noch andere Marktplätze. Falls ihr schon Fragen habt oder gewisse Anmerkungen, dann natürlich die Kommentarfunktion nutzen. Ich werde so schnell wie möglich darauf eingehen. Was ist nun diese Produktsicherheitsverordnung? Es sagt ja ungefähr schon was aus. Schlussendlich ist es eine Erneuerung der Richtlinie von 2001, die bereits Bestand hatte. Richtlinie ist immer länderspezifisch. Eine Verordnung hier auf EU-Basis ist dementsprechend dann für die ganze EU gültig und hat dann natürlich Rechtskräftigkeit. Ihr werdet die Produktsicherheitsverordnung auch öfters unter der Abkürzung GPSR finden, General Product Safety Regulation. Also das ist genau das gleiche, nur im Englischen. Bei der Produktsicherheitsverordnung geht es halt darum, dass die Sicherstellung der einheitlichen Produktsicherheit in der EU gewährleistet wird. Dass Produkte, die in die EU importiert werden, aber auch in der EU hergestellt werden, gewisse Sicherheitsstandards erfüllen, um hier die Endkunden, die Käufer zu schützen vor Verletzungen und vielen anderen Aspekten. Wir schauen uns gleich auch an, was genau auch da beinhaltet ist. Produktsicherheit, zum Beispiel die Sicherstellung, dass alle Produkte sicher sind. Wie schon gesagt, dann haben wir als nächstes die Informationspflichten, die Risikobewertung und Dokumentationen der Herstellungsprozesse, sowie auch der Gegebenheiten des Produktes. Alles ganz, ganz wichtig, vor allem wenn du Hersteller bist, solltest du dich mit diesem Thema insbesondere beschäftigen. Denn diese Präsentation, die ich hier mache, ist nur grob drum gesprochen, was hier die Produktsicherheitsverordnung ist. Es ersetzt natürlich nicht eine Tiefenprüfung für jedes Produkt und mit Experten zusammenzuarbeiten, um dein Produkt dementsprechend auf diese Standards zu bringen, um die Sicherheitsverordnung zu erfüllen. Genauso die Rückverfolgbarkeit muss erfüllt werden, eine Einführung von Maßnahmen zur Rückverfolgbarkeit von Produkten ist hier ganz wichtig. Wie sieht nun die Anforderung für Hersteller im Onlinehandel aus? Und zwar Produktsicherheit gewährleisten. Händler müssen sicherstellen, dass die von ihnen verkauften Produkte sicher sind und den geltenden Sicherheitsanforderungen entsprechen. Dazu gehören, dass Produkte CE gekennzeichnet sind und alle relevanten EU-Normen erfüllen. Bereitstellen von Informationen. Händler müssen sicherstellen, dass Verbraucher klare und vollständige Informationen über die Produkte erhalten. Dies umfasst Gebrauchsanweisungen, Sicherheitswarnungen und Informationen über mögliche Risiken. Und diese Risiken und Gebrauchsinformationen sowie Informationen müssen in der jeweiligen Ländersprache natürlich auch erfüllt sein. Das heißt, wenn du in Europa verkaufst, nach Spanien oder auch nach Polen oder Frankreich, dann muss es dementsprechend in der jeweiligen Sprache gekennzeichnet sein. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr Packungsbeilagen oder Anleitungen mit in der Verpackung habt, habt ihr das dann in verschiedenen Sprachen aufgeteilt. Und es muss für den jeweiligen Verbraucher, Endverbraucher, klar ersichtlich sein. Auch über Zeichnungen und Piktogramme muss das Ganze klar und verständlich sein, welches Sicherheitsmerkmal dieses Produkt hat. Rückverfolgbarkeit. Händler müssen die Rückverfolgbarkeit der Produkte gewährleisten. Das bedeutet, dass sie in der Lage sein müssen, den Ursprung der Produkte und die Lieferkette nachzuverfolgen. Dies ist insbesondere wichtig im Falle eines Produktrückrufs. Und auch die Zusammenarbeit mit den Behörden ist hier wichtig. Händler müssen mit den zuständigen Behörden zusammenarbeiten und ihnen auf Anfrageinformationen über Sicherheit der Produkte zur Verfügung stellen. Dies kann auch beinhalten, Maßnahmen zur Beseitigung von Risiken zu ergreifen, wie zum Beispiel Rückrufe oder Warnungen. Jetzt ist natürlich interessant, welche Produkte sind denn betroffen? Und zwar vom Spielzeug über Elektrogeräte bis hin zu Haushaltswaren. Alle Produkte sind quasi betroffen. Es ist viel leichter zu sagen, was nicht betroffen ist. Die Verordnung schließt folgende Produktbereiche aus. Und zwar Menschen- und Tierarzneimittel, sowie aber auch Lebens- und Futtermittel, lebende Pflanzen, Tiere, tierische Nebenprodukte und Folgeprodukte, Pflanzenschutzmittel, Beförderungsmittel und Luftfahrzeuge und Antiquitäten. Produkte, die bereits vor dem 13. Dezember 2024 auf dem EU-Markt bereitgestellt worden sind, dürfen nach diesem Datum weiterhin verkauft werden. Das heißt, ihr müsst sie nicht umlabeln, neue Merkmale dran kleben oder wie auch immer. Wenn es wirklich sehr relevant ist, solltet ihr das überlegen. Aber das Gesetz sagt vor, das ist meine Recherche natürlich, kann es sein, dass es auch irgendwie anders ist. Nur meine Recherche hat ergeben, dass die Produkte, die eingeführt worden sind in den Markt, auch weiterhin verkauft werden dürfen nach dem 13. oder ab dem 13. Dezember 2024. Alles, was danach an Produktion erfolgt, wird natürlich mit den neuen Merkmalen und Anforderungen gemacht werden müssen. Wichtig hierbei ist, falls jemand auf euch zukommt, müsst ihr natürlich das Ganze auch belegen, dass dieses Produkt vor dem 13. Dezember 2024 eingeführt worden ist, mit Importnachweisen, Rechnungen und so weiter. Neue Pflichten für Hersteller. Neben bereits schon in den vorangegangenen Richtlinien, enthaltene Pflichten müssen die Hersteller nun für jedes Produkt eine interne Risikoanalyse durchführen und technische Unterlagen erstellen. Das ist sehr umfangreich. Beschäftige dich mit diesem Thema unbedingt, denn das ist sehr, sehr wichtig. Diese technischen Unterlagen müssen zudem für mindestens 10 Jahre nach in Verkehr bringen des Produktes aufbewahrt werden und auf dem neuesten Stand gehalten werden. Ganz wichtig, falls du Produkte im Ausland produzierst, solltest du dich mit dieser Risikoanalyse und Bewertung der Produktsicherheit beschäftigen. Ganz wichtig, nimm dir da auf jeden Fall einen Experten an die Hand, der dir da hilft. Hier eine kurze Zusammenfassung der Bewertung der Sicherheit für Produkte. Welche Aspekte sind hier wichtig? Und zwar die Eigenschaften des Produktes, wie Aussehen, technische Merkmale, die Zusammensetzung und Verpackung müssen natürlich dokumentiert werden und festgehalten werden. Sowie aber auch Verwechslung mit anderen Produkten. Es kann sein, dass andere Produkte ähnlich benutzt werden können. Jemand verkauft was im Heimwerkerbereich und dieses wird dann aber für mehr Lebensmittel verwendet. Und solche Sachen, ganz wichtig, Aufmachung des Produktes, Etikettierung, Alterskennzeichnungen und Warnhinweise für eine sichere Verwendung und Entsorgung eines Produktes. Des Weiteren aber auch Erscheinungsbild des Produktes, das den Verbraucher dazu verleitet, das Produkt auch anders zu verwenden, als vom Hersteller vorgesehen. Zum Beispiel durch Form und Farbe des Produktes verleitet es auch Kinder zum Verzehr. Auch das ist wichtig, dass das Ganze gekennzeichnet wird. Des Weiteren haben wir hier Informationspflichten, sowohl für Händler als auch Hersteller. Die Produktsicherheitsverordnung legt strenge Anforderungen an die Bereitstellung von Informationen fest. Diese müssen direkt im Angebot stehen und dürfen nicht einfach nur verlinkt werden. Zudem erforderliche Informationen gehören, wie zum Beispiel der Name, der eingetragenen Handelsname Handelsname oder die eingetragene Handelsmarke des Herstellers. Da die Postanschrift, aber auch wichtig, die Mailadresse muss jetzt auch drauf. Viele machen es sogar mit einer Telefonnummer, die dann mit draufkommt vom Hersteller, der kontaktiert werden kann. Für Hersteller ohne EU-Niederlassung muss der Name und Anschrift und die E-Mail-Adresse einer verantwortlichen Person genannt werden, die im EU-Land sitzt. Das heißt, wenn du aus dem Ausland verkaufst, die nicht im europäischen Raum Bestand hat, dann musst du hier eine Person wählen, die in Europa sitzt und diese Verantwortung dafür übernimmt. Angaben zur Identifizierung des Produktes, einschließlich der Abbildung des Produktes, seiner Art und anderer Produkte, Identifikatoren sind auch relevant. Hinweise oder Sicherheitsinformationen in einer für die Verbraucher leicht verständlichen Sprache, das habe ich ja bereits schon angemerkt, dass auch hier in allen Sprachen das Ganze gewährleistet werden muss oder in einer Begleitunterlage vorhanden sein. Wie bereits gesagt, ganz wichtig, es darf nicht verlinkt werden, sondern muss direkt mit in dem Angebot erscheinen. Kommen wir nun zu der Umsetzung in der Praxis für die Marktplätze Amazon, Ebay und Co. Ich habe das Ganze hier vorbereitet für den Marktplatz Amazon und Ebay, wo ich zeige, wo ihr nun Produktmerkmale zur Produktsicherheitsverordnung hinzufügen könnt, um hier auf der sicheren Seite zu sein. Falls gewünscht, werde ich das auch für andere Marktplätze umsetzen. Gerne dazu einen Kommentar in der Videobeschreibung. Schauen wir uns als erstes an, wie genau setzen wir denn jetzt diese ganzen Informationen auf dem Marktplatz Amazon um. Wir gehen hier oben links auf Menü und gehen dann unter Kundenzufriedenheit auf Verkäuferleistungen. Bei den Verkäuferleistungen im Dashboard geht ihr mal ganz nach unten und habt hier diese Compliance-Informationen übermitteln. Habt ihr hier mit Neu gekennzeichnet, ist nicht zu übersehen, einfach ganz nach unten scrollen. Dann klickt ihr drauf und dann wird euch hier nochmal eine Information zur Compliance hinzufügen eingeblendet. Die Anforderung an die Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit, die hier auch steht, ab dem 13. Dezember 2024 in Kraft tritt. Und hier klicken wir dann einfach mal auf Ja. Wir akzeptieren das und klicken dann auf Weiter. Und hier habt ihr nun die Möglichkeit, die Herstellerinformationen und auch die Informationen zur verantwortlichen Person festzulegen. Sowohl bei der Herstellerinformation als auch bei den Informationen zur verantwortlichen Person wählt ihr dann hier die Marke aus, was in meinem Fall nicht möglich ist, weil ich keine Marken registriert habe bei Amazon und habt dann die Möglichkeit, die Eintragung durchzuführen der Adressen und der ganzen Anschriften sowie auch der Mailadresse, die kontaktiert werden kann. Das wird dann auch in der Angebotsseite angezeigt. Auf dem Marktplatz eBay funktioniert das etwas anders. Hier müsst ihr das nämlich für jedes angelegte Produkt festlegen. Ihr könnt das Ganze gebündelt machen oder ihr könnt das für jedes Produkt einzeln machen. Beim Erstellen eines neuen Produktes habt ihr halt hier die Möglichkeit, dann die Produkthinweise hinzuzufügen. Und da habt ihr alle nötigen Informationen, die ihr für das jeweilige Angebot gleich direkt hinzufügt und was dem Kunden dann angezeigt wird, unabhängig von dem Medium, ob das jetzt ein Smartphone ist oder über einen Computer der Zugang. Diese Informationen müssen bereitgestellt werden, wie zum Beispiel auch hier der Produkthersteller. Hier könnt ihr dann einen hinzufügen und habt hier die Möglichkeit, alle nötigen Informationen bereitzustellen, aber auch Informationen zur Produktsicherheit. Wie ihr hier seht, habt ihr auch Möglichkeiten, Piktogramme hinzuzufügen, wie zum Beispiel hier nicht für Kleinkinder geeignet oder das CE-Kennzeichen, was ja auch ganz wichtig ist. Aber auch weitere Hinweise, wo ihr hier das Ganze auswählen könnt und ergänzende Angaben könnt ihr auch noch machen. Hinweise zur Rücknahme von alten Produkten habt ihr auch hier die Möglichkeit, das macht ihr dann bei den Hinweisen des Verkäufers einzustellen. Dann weitere Wirtschaftsakteure, wie zum Beispiel einen Wirtschaftsakteur, was wir angesprochen haben in der Präsentation mit Nicht-EU-Sitz, wo die Produktion von anderen Ländern erfolgt oder der Vertrieb von anderen Ländern, die nicht in der EU sitzen, könnt ihr hier einen EU-Wirtschaftsakteur benennen und die jeweiligen Daten könnt ihr natürlich hier auch ausfüllen. Aber auch weitere Hinweise, die ihr dann auch bei den Hinweisen des Verkäufers einstellt, könnt ihr hier wählen. Soviel zu den Einstellmöglichkeiten auf den Marktplätzen Amazon und Ebay. Falls ihr euch noch andere Marktplätze wünscht, wenn hier großes Interesse besteht, werde ich darauf auch nochmal eingehen. Gerne hierzu ein Kommentar in der Videobeschreibung hinterlassen, aber auch alle Fragen freue ich mich darüber und Anmerkungen, die zu diesem Video, aber auch alles rund um E-Commerce Bestand haben. Kurze Anmerkungen noch. Am Anfang des Videos habe ich ja gesagt, welche Vorteile könnte es haben, dass diese Produktsicherheitsverordnung jetzt in Kraft tritt. Ich weiß, es sind Steine, die uns in den Weg gelegt werden und wieder neue Energie benötigt, hier irgendwas umzusetzen oder zu verändern und mit neuen Pflichten Bestand hat. Aber ihr müsst es auch so sehen, alle Pflichten und neue Herausforderungen sind natürlich mit viel Aufwand verbunden, für uns, aber auch für andere. Dementsprechend, falls ihr das Ganze für euch so umsetzt, vor allem als Hersteller, dann werdet ihr merken, die Konkurrenz wird immer kleiner, besonders aus dem Fernosten China, die hier das Ganze auch uns viele, viele Marktanteile nehmen. Durch ihre günstigen Produkte werden hier auch immer weniger Bestand haben durch diese hohen Verpflichtungen und Produktsicherheiten, die erfüllt werden müssen. Dementsprechend hat das auch einen kleinen Vorteil, seht es positiv. Ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist und würde mich natürlich um einen Daumen nach oben freuen. Und wenn du beim nächsten Video auch dabei bist, viel Erfolg weiterhin und viel Spaß. Ciao.